Die Leute, die Hügel, die sich mit den Hügel befindet, die sich mit den Hügel befindet. Die Hügel, die sich mit den Hügel befindet, die sich mit den Hügel befindet. Die Herren Humboldts. Hier oben sitzen. Hügel, Waldmann! Gibt es Sorgen dort? Ja, Hügel. Jetzt komme ich gerade von Memetan. Memetan, das ist ein schöner Baumantrag für Memetan. Hast du das gesehen? Ich laufe hier durch den Amiet- und Hesseweg. Das sind zwei Kunstmaler. Amiet- und Hesseweg. Ich gehe hoch und dann ist ein Baum gelegt. Ich kann gehen, dann sehe ich einen Holzstrumpf. Und was sehe ich? Sehr freundlich. Ein Schnäppchen. So, wir kommen jetzt in Lieschberg an. Das ist der Startpunkt unserer Wanderung. Hier ist ein Fön dabei. Ein Babyliss für den Bart. Ah, cool. Alles. Brizio. Du machst das auch. Millionen Akku. So. Wir sind in der Tongrube. Jawohl. Schaut mal, der riesige Baum, der hier liegt. Wahnsinnig. Ist das die Tongrube? Ja. Ah, wunderschön. Die alte Grube. Jetzt laufen wir hier durch die Grube. Wir versuchen, irgendwo rauszukommen. Und dann geht's auf den Eschberg. Das schaffen wir auch. Also, wundert euch nicht. Wir sind nicht auf dem Mond. Auch nicht auf dem Mars. Wir sind immer noch in der Tongrube. Am Till. Am Till. Neue Bezeichnung. Jetzt gehen wir hier, den Kegel durch. Und da? Genau. Und dort Richtung Mond hoch. Wunderschön. Bis nachher. Stürmerkopf. Ja, wir sind in der Tongrube. Hoi. Tongrubendunzeln. Leute. Das ist jetzt nicht schlecht gewesen. Ja, es geht ja auch, wo ich zutze. So, wieder schön. Und Lusperk jetzt auch ein Bad. Allerdings ein bisschen komische Gäste, aber... Schön. Sie matzen gleich. Was für ein Wachttier. Jetzt halt ein bisschen tierisch wird. Der Pfeifenputzer, der Humboldt. Genau. Das ist ein seltener Lusperkischer Pfeifenputzer. Nicht schlecht. Aber wenn du den anlängst, hast du alles Hörchen im Finger. Ui. Wow. Wow. Das ist mal eine Eiche. Wow. Jesus Christ. Ein mächtiger Baum. Wow. Ja. Ja. Jetzt sind wir im Urwald von Lusperk. Räschberg. Wow. Und es hat wahrlich überall ganz fette Bäume gehabt. Eichenstämme. Räschberg. Abartig. Jetzt gehen wir zur Räschberghöhle. Wir sind auf dem Räschberg. Vor der Räschberghöhle. Ja. Wir sind auf dem Räschberghöhle. Wir sind auf dem Räschberghöhle. Wir sind auf dem Räschberghöhle. Ja? Ja? Wir sind auf dem Räschberghöhle. 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 Wir sind auf die Räschberghöhle. Jawoll, dies durch. Oberes Felsband. Dies ist der Ort. Das ist richtig. Schau, hier ist sie. Hier ist unser Neingang. Ah, Hammerheim. Wir haben diese Höhle gefunden. Es war gar nicht mal so einfach. Respergehöhle! Hier geht es nicht weit. Nein, nein, es geht hier hinten in die andere Richtung. Wo? Was ist das? 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 Nein! Nein, nein! Geil! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Du hattest alles in die Mucke! Scheisse! Ah, da ist schon Sandy! Also komm! Wir haben sie erhöht! Was ist das? Keine, aber feine! Das ist aber nicht! Scheisse! Ich habe das Kleid, das ist schon krass! Scheisse! Das ist das Gold! Alle! Mal mir das Gold! Wir machen das Gold! Und sind nicht gerade richtig! Aber das ist der Schiff! Es ist der Schiff! Puh, mhm. Cool. Das war das Abenteuer in Rasperköhle. Wir haben den ganzen Trip gefilmt. Sorry für die schlechte Kameraführung. Aber es ist nicht anders machbar. Hammer! Scheiße, die Mucker! Wir sind am Ziel angekommen. Wie heißt es immer? Das Glück bevorzugt den, der tüchtig ist. So ist es. Darum ist mir ein Bier im Rucksack ausgelaufen. Das wiederum ist ein Zeichen. Ohren Glück habe ich gehabt. Das heisst, du zählst immer. Übrigens hast du gerade eine Krümelspur hinterlassen. Das heisst, alle Mucken aus der Rasperköhle verfolgen uns bis hierhin. Seilviecher. Ja. Wir chillen jetzt. Das sind ja mal geile Hosen. Weisst du? Darum haben wir die nicht gesehen im Wald. Hey, der Aufstieg ist nicht schlecht. Der Davide! Davide, ein Humboldt! Die E! Mann, komm rein! Ciao, Dave. Alles klar. Alles gut dir. Ja, danke. Was sagst du? Ein Schleissträpfchen vom Näschen. Das ist auch noch inspirierend. Hat es auch noch Einsicht, oder? Von dieser Seite. Jetzt komm rein! Schwups! Das ist einfach ein bisschen lieb, das Zelt, Mann. Die Dinge musst du gerade offen lassen. Wart sie mal ab. Und ich warte immer noch auf die Brei. Ein Peuliner. Das musst du aber zensurieren, oder? Ja. Das kommt nicht auf den Filmen. Also, was hast du gesehen? Das ist eine Reparaturhülse. Wenn du mal eine Stange bricht, kannst du die über die Bruchstelle schieben. So, und siehst du die zwei lang und die krummig? Ja! Premiere! Und schau jetzt hier. Und jetzt runter. Ich helfe dir. Und jetzt steht es schon? Ja, ja. Es steht schon. Kassendicht. Es ist sturmdicht. Es ist... Du kannst es gut mitschleppen. Was hat das? 2,4 Kilo? 2,3? 2,5? 2,4 Gramm. Nein, 2,4 Kilo. Die E. Das ist jetzt die nächste Möglichkeit, die die Humboldts haben. Mit einem Biwacken. Biwackensack. Und drei, 2,4 blö Stopp. Ja guck jetzt! Wir sind alles alte Männer, wir fressen Schweinefleisch. Geh mal raus! Du kriegst bei uns und du kriegst mit 5% Ich hab's von 550 bekommen Nein, ab weg So, aufgestellt Verlängerung meiner Lasche Schau jetzt, hier wieder Ich habe hier so Erdnägel von MSR gekauft Die sind auch geil Die sind aus Titanium Ich hätte immer das Beste Ja, er hat uns das gekauft bei uns Und du kriegst Ahhhh Michi, mach mal die Rock Sound Meine Michi, was brauchst du? Oh shit Es ist gerade am Boden, du hast das gefilmt Michi, du weisst das Ich sehe, ich habe das erste Mal selber nachgeschriffen Das ist auch schon vor 3 Monaten Ich weiss, dass ich das gleiche habe Motherfuck ist das Hey Was ist denn der Katzabend Ich habe ein Stück vom Bein abgeschnitten Warte Michi Was ist denn der Katzabend Was ist denn der Katzabend? Stay down on the ground Baby, I'm to fu- Hey, hau ab Wieso hast du so eine coole Frette am Morgen? Was ist los? Alles, was nicht abgekommt Alles, was nicht abgekommt ist Die netten Leute hier im Wald Am Morgen sind sie Du bist ein paar in die Fresse Und liebe dich, solange das Leben noch Was hast du gesagt? Du gehst in die Bar und dann vergisst dich Geh in die Bar und vergess mich Welche Bar? Ich gehe in den Bahnhof, Mann Bist du doof? Hm Das ist ja Marihuana Ist nicht gut Oh, das ist ein kleines Ist das ein kleines? Ja Das ist ein kleines 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 Nein 열� sit Historie In Süetten Steinfeld In Do Traitar Schliff Le Steinfeld Untertitelung des ZDF, 2020